Hallo, hier ist Naruto986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Revelations, zu Part 49 und jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgenommen haben, wir sind im Kampf stehen geblieben, ey. Nein! Und da steht ich alle auf mich zu schießen, wieder. Jetzt! Boah, Alter, ihr nervt! Oh ja, einen Schmied, den brauche ich jetzt, den kann ich jetzt gut gebrauchen, den Schmied. Boah, Alter, den Schmied kann ich jetzt super gut gebrauchen, ey. Erstmal schnell hier alles reparieren, hier, ja. Rüstung. Ja, endlich, ich glaube ich kann was... Ja, ich kann das nächste eigentlich holen, jawohl. Super, endlich, Brustplatte, ich kann mir das nächste hier holen. Bei den Waffen, hä? Kann ich mir jetzt gleich die... Nächsten Sachen hier alles noch wegkaufen, was hier sind. Und muss dann genau, wenn es ist, dieses Scheiß... Ding da, wenn es ist, ist nicht drin. Alter, ey, das ist ja wirklich das... So, klein Waffen, bezahnischer durch. Kann ich jetzt auch hier nehmen. Gibt es noch was anderes zu nehmen? So. Jetzt. Dann, wenn wir schon... Ah ja, genau, wenn wir schon dabei sind, gleich Munition auffüllen hier. Wurfmesser, Hammerbolzen, Hammer, auch alles komplett perfekt. Ach, dadurch eigentlich ein volles Leben, supi, ey. Wirklich. Ah, ja, genau. Den Arzt können wir jetzt auch gerade gebrauchen, hier, gerade den Arzt. Den Arzt können wir jetzt gerade auch noch gebrauchen. Apothekenbedarf. Oh ja, da brauche ich sehr viel an Medizin jetzt. Weil ich habe gar nichts mehr, ey. Das war so Hammer scheiß knapp eben. Wegen der Medizin gerade eben. Ach. Ja, ja, ja. Oh, hau ab jetzt. Oh ja, natürlich können die mir helfen, wartet. Jetzt haut doch ab hier. Lenk mal ab hier drüben, bitte. Oh Gott, wenn du mich vertunst, werde ich von deinem Spanien aufhören. Guck mal jetzt. Alter, hör mal auf mich, auf mich, machst du ein... Jetzt reicht's. Ich verschlinde von hier. Und tschüss, Alter. Hey, je, 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 was geht denn hier schon wieder ab, Alter? Kaum zu glauben, ey. Nein, boah, das war das ja... Kommt mir das nicht nehmen, weil das ja das Gebiet, die ja noch von denen scheiß... Ach, Drecks-Templer da war. So, abgehoben habe ich jetzt wieder genug Kohle. Es ist wieder alles perfekt bei mir. So, halt. Jetzt muss ich noch gerade noch eins machen hier. Diese wunderbare Untersuchung der Sokraten... Ja, lass mal stecken jetzt. Dazu erst mal kurz nach oben. Also, das Seen-Siegel sind wieder voll. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder rüber schnell. Schön für deine Tante Funda, hallo. Ach so, hier hoch muss ich. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ach, da hinten. Genau da will ich jetzt hin. Erstmal wieder Bomben herstellen, ey. Meine Güte, ey, was ist denn das wieder für ein... Entschuldigung, dass ich gerade vorhin ein paar Mal ausgerastet bin, aber wir haben sie jetzt ganz gut unter Kontrolle wieder und... Äh, ja. Dann füge ich hier eine hinzu. Dann nehme ich hier nochmals... Äh... Eine. Genau diese. Dann, äh, warte. Äh, das schießt Pulver, explodiert kein mehr. Ziele auf einmal. Mit leerem. Großem Gebiet, genau. Dann, äh... Nein, Grinfüße nicht. Rauch, genau das will ich haben. Rauch, verdammt. So. Okay. Jetzt stimmt's nämlich wieder. Jetzt hab ich hier alles so wie es sein soll und wie es hier stimmt. Hinher Gottes Namen hier wieder. So. Dann schicke ich die nächsten schon wieder mal losgleich. So. Hm, warte mal hier, Jerusalem. Äh, das ist zu niedrig, das kann ich mir nicht... Ah, das... Ah, net. Ne, ist auch noch zu wenig. Äh, alter. Äh, jetzt reicht's, warte. Hier werde ich jetzt mal... Den und den hier schicken. So. Ihr drei übernimmt das jetzt mal hier, weil das geht ja gar nicht hier. Alles mit diesen Einer, das geht ja überhaupt nicht. Deswegen, dann kommst du da mit hin. Dann der Neuner. Und der Zehner noch. Lass die Dinger hier schon mal weg sind, Alter. Das geht ja gar nicht. Tunis. Boah, ey, wollt ihr mich gerade jetzt ärgern hier gerade? Warte, der Maskus. Habt ihr irgendwo auch noch was, wo ein bisschen mehr sind? Als nur so wenig? Alter, habt ihr eigentlich auch mal was mit ganz voll? Anscheinend nicht. Ja, gut. Wenn die Anscheinend nicht ganz voll haben, dann muss ich so, so. So. Und so. Ah. Ne, ne, ne. Dann wird die auch mal wieder weg hier alle. Perfekt. Hm. Ne. Und dann. Nein. Ja, jetzt. Perfekt. Super. Äh. Dann mach ich jetzt die nächste. Hm. Warte, wo ist denn die jetzt? Gerade mal wieder. Ah, hier ist noch so vieles gesperrt. Ey, kommt. Ne, da hinten ist man mal nett. Ich will jetzt diese so vieler Erinnerung machen hier. So. So wollte ich mich vorhin schon machen, aber dann haben wir jetzt eine Hauptmission gemacht, dann machen wir jetzt wieder eine so vieler Erinnerung hier. Ähm. Wie schon gesagt, wir sind Part 49, wie ich es vorhin schon angekündigt hatte, halt so. Ähm, aber ich sag's lieber nochmal, weil ich nicht weiß, ob ich es schon gesagt habe, aber weil ich es vergessen hatte. Ähm. So. Weg. Wieder mit den Tyranen, die ihm treu ergeben waren, nur weil sie seine Angriffe taktisch verbringen. Warte mal, haben wir hier irgendwo noch jemanden zum... Ein eiserner Führer! Ne. Hm! Hier drüben, jawohl. Können wir helfen? Ja, natürlich könnt ihr mir helfen. Ihr könnt mir bei welchen helfen. Warte mal. So, bei denen hier drückt ablenken. Einmal! Danke! So, dann wollen wir mal weitergehen hier. Ich denke immer noch an meinen... Naja, ist der Karte! Noch so! Naja, nein! Ach, hau ab! Komm einfach! Komm einfach! Komm! Ey, kein Dreckschmeißen, das ist zugefügt! Ja, gib mal her jetzt den Spieß hier! Nein! 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 So ne Scheiße! Komm mal her! Du mit der Axt soll herkommen! Ja! Der Axtmann soll herkommen! Oh, Junge! Nervt mich jetzt nicht, okay? Der Axtmann soll zuschlangen! Und... Yeah! Ja! Ja, du kannst dein Ding gleich mal hergeben hier! Herzlichen Dank! Und du kannst auch liegen bleiben! So, dankeschön! So, ein paar von diesen Kills wollte ich noch zeigen mit dem... Ja! Ja, Melzin ist auch wieder voll perfekt! Äh, warte mal! Dann gehen wir mal hier hoch! Nein! Och, Ezio, nein! Mein Freund, das solltest du nicht machen! Hier hoch solltest du! Danke! Jetzt mal kurz hier rüber! Was ist denn hier drüben schon wieder? Alter! Was ist denn hier drüben schon wieder? Alter! Was geht denn hier denn wieder ab? Du kannst verrecken gehen! Was willst denn du da drüben schon wieder? Hau ab jetzt! Schwimmdenklich! Alter! Ihr wollt echt Stress haben! Ihr wollt... Da! Da! Pack dich! Guck! Noch eine brauche ich dafür! Oh man, jetzt bleibt doch mal stehen, Alter! Willst du mich grad verarschen? Tot! Komm! Ja, also meine Leute kümmern sich doch um jetzt! Oh, jetzt brauche ich nämlich noch zweimal Medizin! Äh... Einmal Medizin, sehr gut! Haben wir das gleich wieder voll hier? Warte mal hier! Wurfmesser, Kugel, Phosphor... Ne, brauche ich grad nicht alles! Ah, hier ist noch so ein... Du sollst... Ich... Stopp da! Oh man, lass den... Ja, hab ich den schon ausgeraubt! Okay, dann lass den liegen, komm! Lass den mal liegen jetzt hier! Da nimmst du... Nein! Junge, jetzt hör auf, Alter! Wo bist du? Ich hol mir deinen Kopf! Ah! Jetzt hab ich genug von dir! Du hältst den Rand! Und du hältst auch den Rand da oben! Meine Güte, ey! Nervt ihr! So! Was ist das denn wieder schon... Ah, zwei Kugeln hab ich dafür! Cool, was ist denn das jetzt für eine Aufgabe hier? Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ach, das hier befreien schon wieder! Ach, kommt, Leute! Ne! Ey! Ey! Das mach ich jetzt auch noch, dass das eigentlich Ruhe ist! Weil das nervt langsam wirklich! Ey, kommt! Das nervt jetzt gewaltig hier! Das mach ich jetzt auch noch fertig! Das das... Das will ich eigentlich gerne zeigen, aber ich mach das jetzt fertig, weil das nervt selber! Das nervt selber gerade! Alter! Bede! ich das gebiet platziert euch dort so verteile ich das für mich nein habe ich doch es 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 Ich will nicht sterben! Echt, der nervt gerade langsam dermaßen so was von, alter, dass ihr das gerade wisst eben. Naja, komm, falscher Knopf schon wieder. Jetzt noch ein paar von denen. Platziert euch dort! So, dann bringe ich noch ein paar von denen hier ins Ziel. Ihr müsst diese Stellung halten! Verteidigt das für mich! Platziert euch dort! Sicher diese Stellung! Das darf ich für meine Anzeige nicht tun! Hier ist eine Initiative! Die Anzeige nicht die Anzeige nicht! Die Anzeige nicht! Die Anzeige nicht! Ja, komm jetzt. Oh ja, super. Perfekt. Falscher Knopf schon wieder. Noch ein paar von denen dazu. Sicher diese Stellung. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Ihr müsst diese Stellung halten. Verteiligt das für mich. Ja, wir haben das jetzt auch geschafft. Weil das war ja nicht mehr so viel. Gut, dann werden wir jetzt den Part hier beenden. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet oder dabei seid. Gebt einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Das wäre nämlich sehr nett. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei meinem Let's Play. Und bei meinen anderen Let's Plays, die noch kommen. Das heißt, wir sehen uns, wie ich schon gesagt, wir sehen uns im 50. Part. Das war jetzt der 49. Part. Von Assassin's Creed Syndicate. Euer Naruto 1986. Ciao.